So, wir sind jetzt mit einem neuen Replay aus W.O.T. Und zwar bin ich heute im Lynx, im Radpanzer, ähm... Einer der beliebtesten Panzer, äh, der Gegner meistens. Ja, es ist eine lange Geschichte, ich und Radpanzer, ich und Lights, vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab noch... Also ich hab, glaub ich, vor ein paar Monaten eigentlich erst angefangen, Lights zu spielen. Und auch noch aus dem Grund wegen den Missionen, also wegen der Kampagne. Ich hab bisher, oder damals zumindest immer, Lights als... Ja, ich mein, irgendwie Yolo-Scouts gesehen und so, und dachte mir so, nicht mein Ding und so. Normalerweise ist es in W.O.T. ja so, ganz egal was ihr spielt, entweder viel Panzerung und langsam... Und, äh, dann entweder eine gute Kanone, oder teilweise eben auch mal eine schlechte Kanone, oder halt eben... Ich mein, irgendwas ist immer so ein bisschen gebalanced. Und ich dachte mir so mal, Lights, okay, die haben keine Panzerung, sind zwar schnell, haben aber auch keine Kanone. Was mach ich denn mit, so nach dem Motto? Und, naja, gut. Ich hab dann einige hundert Runden Lights gespielt. Ich hab mir dann, dummerweise, in Anführungsstrichen, auch den EBR, den 8er EBR, diesen Premium EBR, ähm... Ja, es steigert bei der Schwarzmarkt-Auktion im letzten Jahr. Gut, ähm, klar, man sieht natürlich, muss sie natürlich irgendwie dann lernen zu spielen. Was ich hier mache, ist, äh, ein schneller First-Spot, ähm, da es relativ wenige andere Scouts gibt. Äh, dachte ich mir halt zumindest, ich kann ja mal schauen, peek mal rein. Und, ähm, genau. Warum hab ich das Ganze gemacht? So, ähm, können wir ein bisschen schneller, 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 gibt's nicht. Einfach aus dem Grund, gehen jetzt wirklich die Gegner, ach, verdammt, ich hab vergessen jetzt hier zu pausieren, Sekunde. Professioneller Flyflatsplayer, oder WOT Commentary, gut. So, okay, also wir kommen hier quasi dann schon wieder runter, das heißt, für mich hat alles mögliche aufgemacht. Und warum ist das Ganze sehr wichtig? Wir sehen hier zum Beispiel jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Leute, die wir aufgemacht haben. Ich glaub, danach kam noch irgendeiner. Hier haben wir noch ein aufgemachtes Objekt. 8 Leute, 2, 4, 6, 8 Leute, genau. Und, ähm, warum ist das wichtig? Wir sehen hier zum Beispiel, gut, rechts von unserem Team, wer jetzt alles gespottet war oder gespottet ist. Ähm, unser Team weiß es zum Beispiel, okay, auf dieser Seite sind zum Beispiel schon mal 2, 4, 6 gegnerische Panzer. Darunter zum Beispiel ein Jagdpanzer, der recht gefährlich ist unter Umständen. Und, ähm, auch die Neuner sind zum Beispiel jetzt hier ist einer, da ist einer, da ist einer. Hier fährt zum Beispiel bisher nur ein Objekt 2, 5, 7 rüber und ein Skorpion G. Bedeutet quasi, weil wir hier dann total übermacht haben an Panzern, die Leute hier können direkt durchpushen, denn hier kommt nicht viel. Und, ähm, genau, haben wir noch einen neunten aufgemacht, einen Broschetto, der dann eben auch oben am Hill gekämmt hat. Muss man sich mal geben. Dann waren hier noch ein Burask, das heißt, äh, bisher waren auf der rechten Seite nur 2 Panzer unter dieser Burask, der sich nicht gerade die beste Position ausgesucht hat. Sagen wir mal so. Also ich meine, er hat nicht viel Gun-Depression, das heißt, ihr müsst, müsst ihr komplett drüber fahren und ihr kriegt eh schon auf die Fresse. Deswegen, naja. Genau, wir sind ansonsten auch auf der anderen Seite, wie hier wirklich die gegnerischen Heavis auch campen. Das ist natürlich jetzt für die ganz bitter und böse, denn die haben aktuell keinen Spot. Die wissen nicht, wie viele kommen, wie viele Leute kommen von dieser Seite. Ja. Und wir wissen halt, okay, hier kommen 2, oder maximal 3 Panzer. Wir können durchrushen. Und unser Team sieht das auch und macht das wirklich. Und deswegen ist Light, also deswegen ist es auch so, ich meine, man kann es natürlich sagen, hier, okay, wenn 0 Spotting oder 203 Spotting bisher ist, du hast nichts erreicht. Doch, ich habe es erreicht. Ich habe im Prinzip meinem Team zu einer sehr guten Wahrscheinlichkeit verholfen, hier zu gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, wie arg das mir wirklich dann, oder wie viel das mir wirklich dann ansetzen könnte, aber ich denke mal so 10 bis 15 Prozent könnte dann so eine Aktion schon die Winrate boosten. Vorausgesetzt man überlebt. Wenn man natürlich jetzt nur reinjuhlt und stirbt, dann bringt das nicht viel. Ich meine, wenn man jetzt ein schlechter Spieler ist, dann boostet es vielleicht sogar theoretisch noch die Winrates, aber ich würde das Ganze jetzt nicht gerade empfehlen. Also wirklich nicht. Und dann muss ich sehen, ist aktuell 1,5K Spotting, zumindest laut dieser Uhr hier, die läuft nicht immer ganz mit, teilweise aber ein bisschen mehr, als er wirklich draufsteht. Den Typen habe ich getrackt, ich weiß, ich kann nicht viel mehr machen. Mein Ziel allerdings hier ist auch, das ganze Ding nur zu tracken. Ich will den Spot und ja, was soll ich mit dem Rest machen? Also viel Damage kann ich eh nicht dran machen an Typen, denn EBS haben eben wenig Penn. Genau, unser Team zieht hier leider sehr, sehr zögerlich nach, einer fährt sogar zurück. Der 112, STR1, E50 sind viel zu weit hinten. Die sollten hier schon viel weiter vorne sein, weil ihr seht ihr hier, wir seht ihr hier, ups, ja, das war ein bisschen fail. Ihr seht ihr hier, wir haben hier wirklich, ja, wir haben ein freies Spielfeld. Ja, deswegen, man kann natürlich jetzt hier nur noch einen erwarten und zwar, wenn wir hier mal reingehen, diese Busch hier vorn. Diese Busch. Credits hierfür gehen an Eixxin Yu. Eixxin Yu, keine Ahnung. Eim, den russisch-englischen YouTuber und Streamer, der diesen Busch deckt hat. Diese Busch hier ist einer der krassesten Büsche, die es auf diesem Map gibt, aber auch generell fast schon VOT gibt. Also ich meine, klar, es gibt natürlich immer solche Schemas von Büschen, die werden dann einfach irgendwo reingekopiert und pastet. Diese Busch ist auf alle Fälle eine der guten Büsche, eine der sehr guten Büsche und wer hier drin steht, kann bis drüber, also hier, comment alle spotten und geht nicht auf. Das ist eben das Wichtigste. Das heißt, man kann hier drin stehen und man geht nicht auf. Ja, deswegen dachte ich mir, hier könnte noch jemand drin stehen, wenn er das Video gesehen hat, wenn er wirklich gut ist. Allerdings, ich meine, trifft man den EBR oder den Lynx und penetriert ihn erstmal. Ja, da hat man schon Standard B, der hat zwar gut mitgedacht, uns hier abzufangen, allerdings nicht gerade den besten Busch dafür gewählt oder die beste Poses dafür gewählt. Und so drehen wir aber eben weiter unsere Kreise und schauen, ob wir auch noch ein bisschen Schaden machen können. Denn, klar, ich meine, Spotting allein bringt keine WN8 und bringt auch sonst nicht so viel. Hier zum Beispiel kann man super versuchen, ein paar Schüsse zu landen. Ich lade übrigens absichtlich HE. Das hat hier momentan wie viel? Äh, 75 Durchschlagskraft. Warum das Ganze, werde ich auch gleich noch sehen. Nicht mit diesem Schuss, allerdings mit dem, ich glaube, nächsten Schuss, der hier kommt. Klar, hier steht natürlich super viel Zeug im Weg. Den hier. Das war ein 55 HE-Pan. Ging schön durch, war jetzt leider noch ein Low-Roll. Das war wie viel möglich? Eine Sekunde. Ne, 62 wäre mittlerer Schaden. Ansonsten ist das ein 75. War also schon ein recht schöner, recht schöner Pan eigentlich. Genau. Ich bleibe mal auf HE, weil wir sehen dann hier aktuell, was noch so rumsteht. So ein AMX seitlich kannst du penetrieren. Burast kannst du penetrieren. TVOP kannst du penetrieren. Das heißt, es macht dir schon Sinn, auf HE zu bleiben. Je nachdem, was aufgeht, kannst du dir auch Pech haben und so weiter. Und ja, hier seht ihr momentan eh schon alles grün. Und eine rein ins Heck. Oder auch nicht, weil ich zu lange gewartet habe. Und ich mir dachte ja so, ja, jetzt muss ich drum johlen und so weiter. Genau. Naja, habe mir leider zwei von diesen 2 AMX angefangen. War unnötig. Ich war halt eben greedy. Und naja, gut. Ich meine, der erste, der sitzen soll, dann hätte ich zurück müssen. Habe ich aber nicht gemacht. War ein bisschen dumm. Aber gut. Was wirst du machen? Kannst du nichts dran ändern. Bis jetzt 2,4K Spot. Was okay ist. Würde ich mal sagen. Wichtig ist auf alle Fälle jetzt noch ein bisschen Spot zu machen. Ein paar Gegner zu tracken. Ich habe auch noch meine Track Mission da oben zum Zeitpunkt gehabt. Und ja. Diese Bursche hat natürlich jetzt nicht viel Tarnung. Das sieht man natürlich. Aber es kann ausreichen, jemanden zu spotten. Und es reicht auch, um zum Beispiel hier den Gegner zu tracken. Und wenn wir unsere Teamkollegen draufschießen, dann hätten wir jetzt auch definitiv einiges an Spotting bekommen. Kriegen wir, also Support Damage und so weiter. Und es sind dann schon mal 3,2K Spotting. 1K Damage selbst gemacht. Macht schon mal combined 4,2K Schaden. Allein dieser 1000 Schaden, die wir gemacht haben. Oder 1100 Schaden. Und ein Kill bringt uns aktuell laut dieser VN8 oben schon mal 2,2K VN8. Und das ist natürlich schon recht ordentlich. Also ich meine. Das ist nicht wenig wie in 8. So genau. Wir kriegen noch ein bisschen Spotting. Einschuss haben wir noch mal abgeben können. Wir bräuchten hier nicht mehr viel für die Mission. Aber ich glaube ich habe es noch mal haarscharf und nicht mehr geschafft. Das war ein bisschen bitter, aber naja. Und jetzt natürlich hier zu überleben macht wirklich sehr viel Sinn. Ich meine. Ihr seht ja momentan wie viel wir wirklich jetzt die letzten Momente wirklich noch an Schaden rausholen. Und an Spotting vor allem rausholen. Also hier geht es wirklich um viel. Hier geht es wirklich schon um einiges. So genau. Hier. Französische Kanonen. Man kennt es. Ich wollte noch irgendwie den Typen um jeden Preis tracken. Hat leider nicht mehr funktioniert. Sonst hätte ich die Mission vielleicht geschafft. Oder? Zerstören sie zwei bewegungsnussfähige Gegenden. Warte mal hier. Ne. Hätte ich nicht mehr gereicht. Okay. Aber gut. Wie gesagt. 1,5k bzw. 1,6k Damage. 4.000 WN8. Und dann natürlich Spotting. Welches nicht in die WN8 einläuft. Oder angerechnet wird. Und ja. Wie ihr gesehen habt. Hier ging es natürlich jetzt nicht primär um die Runde. Die jetzt übermäßig gut oder schlecht war. Es ging darum. Ähm. Wenn man dann schnell einen Panzer hat. Hier einen First Spot zu wagen. Bei dem man sicher ist. Der die Gegner überrascht. Den die Gegner nicht erwarten. Wo man möglichst gar keinen. Oder halt zumindest nur maximal einen Schuss fangen würde. Und womit man seinem Team hilft. Ich meine. Wir sind momentan 15,6. Ähm. Wir wussten. Oder mein Team wusste. Zu jeder Zeit. Wo die Gegner stehen. Und. Da. War eben diese Scout Aktion. Maßgeblich dran. Äh. Verantwortlich. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wir haben jetzt noch jemand anders gehabt. Hier einen. Ach ne. Ich war der einzige Scout. Okay. Interessant. Ja. In dem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.